Hallo, hallo, hallo! Das ist so viele Leute. Hab ich doch von, so! Komm! Komm, ich dich in die Mauer. Sie haben ja so viele Bilder. Wir machen für Arte zwei Sachen. Das ist der deutsch-französische Kulturkanal. Ja, ich gucke noch mal die französische Version. Ach, Sie können ja auch französisch. Und Sie sind ja aus Inbra, in Italien geboren, in der Nähe von Turin. Ja. Und Sie haben nicht mehr viel Kontakt zu Ihrer Familie, nehme ich an. Und Sie haben lange in Kopenhagen gelebt. Ja. Und hatten dort ein großes Antiquitätengeschäft. Große, alles relativ, ja. Gut. Aber es ging Ihnen auch finanziell ganz gut. Oh! Ja, weil Sie gute Geschäfte gemacht haben. Alles ist relativ. Weiß ich nicht, was es gut oder schlecht. Und auf Ihre Spur, wenn man so will, sind wir ja gekommen dadurch, dass Sie 2002 sind. Sie haben mit einem Franz von Stuck Gemälde über die Grenze von Deutschland nach Tschechien. Vom Deutschland? Ja. Da wissen wir mehr als Sie, ne? Vom Deutschland? Ja. Da habe ich nicht mehr. Ja. Da gibt es eine Notiz an der Grenze, dass Sie da 2002 rübergefahren sind. Und das Thema unseres Fans ist der Dichter und Schriftsteller und Journalist Georgi Markov. Ja. Ich weiß nicht, wer er ist. Ja. Aber es gibt ja Hinweise, dass Sie damals Agent der rugarischen Staatssicherheit waren. Ja. Ja. Ich habe jetzt 1.000 Seiten gemacht. 1.000 Seiten, ja. 1.000 Seiten, ja. So, noch mehr. Mehr als 1.000. Echt? Haben Sie es denn gelesen? Nein. Nein. Nicht? Nein. Was stimmt denn daran? Ich sage Quatsch. Journalistische Quatsch. Total. Aber es gibt... Es gibt manchmal auch. Es gibt Ihre Bilder, die auch sehr ähnlich sind, muss ich sagen. Ich war sogar jung noch. Sie waren jung, ja. Sie sahen ja gut aus. Äh, Mama. Was uns als Kern interessieren würde, ist, äh, Sie waren ja in London zu der Zeit, als Georgi Markov getötet wurde. Komm mal. Mach mal so. Erzählen Sie uns was darüber. Ich, äh... Also, wir sind überzeugt davon. Wir sind überzeugt davon, dass Sie ihn nicht getötet haben. Oh. Wie weisen Sie das? Was? Das wäre ein Zufall. Da passt Ihre gesamte Legende nicht dazu. Wie gleich gesagt. Das ist alles außer Quatsch. Ja, aber Sie waren Teil eines Teams. Was ist das? Ein Team, eine Mannschaft, eine Gruppe. Ah, ja, ja. Eine Bande. Ja. Ja. Oh. Und Sie wussten viel über Georgi Markov. Ja. Sie haben zum Beispiel einen Kloster. Ich habe keine Gruppe zu wissen. Aha. Ja. Jetzt kann Ihnen aber da nichts mehr passieren. Ja, erstens ist die Zeit vorbei. Außerdem, wenn Sie ihn nicht getötet haben, dann muss es jemand anders gewesen sein. Und dann ist es in jedem Fall schon verheiratet. Äh, wann ist es passiert? Schon lang. Sie wissen es nicht mehr? Ja. Schon lang. Und dann, ich weiß es lang, ich habe gelesen die Google etwas. Äh, aber die hat alle die Zeit in der Welt. So, so, so. So, so. So, so. So, so. Wo alle, weil ich wohne meistens in Prag, in Tschechei. Mhm. Ja, ich bin meistens da in Tschechei. Ja. Das heißt, Sie haben eine Wohnung in Karlsbad. Ja, ja, ich habe mehrere Plätze in Karlsbad. Ja. Aber ich habe meistens immer die gleiche Plätze. In Karlsbad. Ja. Und, ähm, und da pendeln Sie immer hierher? Und was machen Sie hier? Hier? Mein Hund. Und Sie haben hier, wie wir wissen, ein Lebenslitzes Ohnrecht. Für Null Miete, das ist doch toll. Nein, ich bezahle nicht, das ist der Oberhmer. Sie bezahlen nur? Ja, ja. Echt? Ja. Wie viel denn? Nichts viel, 100 Euro. 100 Euro. Aber die, 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 die wurden nicht nix besonder, Eier, so was auch. Ja, darum wundert es uns, dass so ein prominenter Ex-Agent so wohnt. Was soll ich wohl besser? Ja. Nein. Man, man bekommt Leute dort mal einen Abort, man kann nicht besser leben. Und, äh, 1978 London. Was können Sie uns da erzählen, Sie lebten zu dem Zeitpunkt in Kopenhagen? 1898, ja, 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 ja. Ich weiß nicht einmal, ich war hier noch ein paar, ja, ja, ja. Erlich. Es ist nicht wegen meines Glerosentrums, ich weiß nicht, was es ist. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem... Evi Dobi! Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem damaligen Führungsoffizier Genkowski? Nein, ich kannte diese Kontakte, weil, glaube ich, ich würde sagen. Sie kannten ihn. Mich auf jeden Fall zu tun, Papa. Dies ist eine intime Frage, meiner Meinung nach in dieser Branche. Wieso ist sie intim? Warum? Ist es so verboten, Händler mit diesen Leuten? Nein. Oh, ja, ja, ja. Ja, ist es trafbar. Man darf nicht arbeiten mit einem ausländischen Gemeindienst oder so. Das kommt drauf an. Man darf nicht machen oder so. Okay, wir sind in Österreich, okay? Bitte? Ja, wir sind in Österreich. Keine gegen Österreich gemacht? Sie sind von Deutschland, oder? Wir sind von Deutschland. Aber da ist alles, was keiner mit Österreich kommt. Was ist denn, was ist bei diesen ganzen Sachen, die im Internet zu finden sind, die in den Zeitungen sind und die im Film zu sehen sind? Was ist denn mit denen los? Was ist da? Die wichtigste Sache meiner Art ist die Wahrheit. Man gebe nicht ein Gratis-Lieb. Das ist eine Sache. Verstehen Sie die Wahrheit? Verstehen Sie die Wahrheit? Verstehen Sie die Wahrheit? Man kann sagen, jeder Menge Quatsch. Die sagen alle. Ja, aber Sie wissen die Wahrheit. Warum so nicht? Weil ich wissen die Wahrheit. Und die Wahrheit, weil ich gleich gesagt habe, der wichtigste, der Tamara. Nur ein Idiot hat gewählt ein Gratis-Lieb. Denken Sie denn, die Wahrheit ist gefährlich? Wenn Sie eine Zeitung haben, oder im Fernsehen, oder weiss nichts was, warum soll Sie sagen die Wahrheit? Sie sagen seine Wahrheit. Das ist dringend. Ja. Aber die echte Wahrheit, Sie behalten Sie selbst. Ist nicht so. Warum sollen Sie teilen die Wahrheit? Sie könnten uns Ihre Wahrheit zeigen. Und neben der Wahrheit gibt es ja dann auch noch sozusagen weg von den verschiedenen Menschen objektiv feststellbare Fakten. Die gibt es ja auch nicht. Es gibt Zeit, aber man merkt mit länger was die Wahrheit ist. Wissen Sie selber denn, was die Wahrheit ist? Nein. Ich habe gehört in diese Geschichten, ganz klar. Aber sie interessieren mich so wenig. Aber es ist ein Teil Ihres Lebens. Sie waren ja, also viele Jahrzehnte waren Sie ja für die bulgarische Staatssicherheit tätig. Wie viele andere auch. Aber sie waren tätig. Und das war ja auch ein wichtiger Teil Ihres Lebens. Bedauern Sie den? Oder sagen Sie, es war eine gute Zeit? Nein. Weiß nicht, soll ich es nicht sagen? Nein. Na ja, ob es eine gute Zeit war. Ein bisschen langweilig Interview. Warum sind Sie denn 1993 von Dänemark weggegangen? Das ist ja noch nicht so lange her. Sie lebten ja lange, lange in Dänemark. Haben da auch ein gut gehendes Geschäft gehabt. Ein bisschen langweilig gelangt. Ein bisschen langweilig. Das ist gut, okay. Da könnten Sie recht haben. Es ist eine schöne Zeit, da ist in Dänemark. Es ist okay. Es ist mehr exciting wie die Lüte. Aber wirklich? Sie kann versuchen, zu fragen, wie heißt die MA5 in London oder die Dänische oder die Bulgarische, Russisch... Alle, was sie will. Die Frage ist um mich. Die kommen schon vor. Die verbrechen sich. Was glauben Sie denn, was würden die antworten? Klappet mal. Ich kenne mich nicht, die Idioten. Ungefähr etwas ist so. Aber es stört sie nicht. Was soll ich tun? Ja, hingehen und sagen, was war. Warum soll ich? Alle die anderen schon gesagt. und Sie haben kein, Sie fürchten nicht, dass Sie doch aus irgendeinem Grund dann doch nochmal gesucht werden? Wundern Sie sich nicht, dass wir Sie jetzt gefunden haben? Ja oder nein. Ich hoffe, Sie sind von Arte. Wir sind von Arte. Was wäre gefährlicher als Arte? Wie war das, wenn Sie da gearbeitet haben, bei den Geheimdiensten oder so? Sie haben gearbeitet für den Geheimdienst? Nein. Sie haben mir vorher gesagt, dass Sie für den Geheimdienst, für den Bulgarischen gearbeitet haben. Das ist klar. Ich kann ja reden, was ich habe gesagt. Ich habe nie gesagt. Es gab ja viele, die für den Bulgarischen Geheimdienst gearbeitet haben. Was, es gibt viele neue? Es gab viele, ja, ja, klar. Sie haben ja, als Sie ganz Jungamann waren, sind Sie ja viel mit dem VW-Bus durch Europa gefahren. Ehrlich? Im ganzen Leben, ja. Und da haben Sie zum Beispiel auch mal Leute aus Bulgarien rausgebracht oder waren rein. Und da hat Sie... Das ist das letzte Mal, ich habe gesagt, ich war in 65 verschiedene Lande in meinem Leben. 65? Verschiedene Lande, ja. Ja, das war so, ja. Dann haben wir an die Karte. Soll ich das gar nicht passiert, ja. Bedauern Sie, dass Georgi Markov umgekommen ist durch diesen Anschlag? Das kann ich tun. Ja, aber Sie persönlich, also Sie jetzt persönlich, bedauern Sie das, wenn Sie jetzt die Zeit zurückschrauben können? Die ganze Geschichte interessiert mich nicht. Sie weiß das ja. So ist, ja, ich kann sagen, ja, ich bedauere alle Tote. Das ist ganz klar. Was ist meine Meinung? Haben Sie noch Kontakt mit Kollegen von damals? Ich habe schon gefragt. Da habe ich gefragt, ob Sie noch Kontakt zu Micho Kinkowski haben. Genau. Okay, ich weiß nicht, weil ich war gleich gefragt. Nein, man darf nicht arbeiten mit Geheimdiensten vor anderen Landen. Wie ist es so? Normalerweise ja. Ja, so. Ich versuche es, um zu leben legal zu lassen. Heute? Immer. Ich war nie angeklagt von keiner. Ich denke mal, ich war nie einmal in Gefängnis oder gestraftet. Nein. Ja, 1993 war es ja nahe dran bei dem Verhör in Kopenhagen, aber Sie waren unglaublich geschickt. Aber es war unschön. Es macht sich unschön, wegen dem Balles. In aller dieser Zeit. Sonst, wie Sie will verklaren, diese. Die dänische Polizeisysteme sind für die Zivilisierung korrekt. Die macht keine Nummer. Ich glaube, ich glaube, so. Ja, und Sie hatten aber verschiedene Pässe. Mit verschiedenen Namen. Wie ist das, wie Sie, dieser Teil von der Show, ja? Wie heißt die Geburt? Galerie Piccadilly, ein Lautnamen. Galerie Piccadilly. Nie gehört von Galerie Piccadilly. Diese komischen Namen. Ich glaube, ich gehöre von Piccadilly. Wo haben Sie denn da geboren, die Blanken? Gensintour, Oval. Bitte? Gensintour. Ein Gensintour, ja. Ja. Dann bei Oval, bei Mike Kroger. Southlater. Gleich die Schollern. Welches ist momentan das Bild, das Sie am liebsten verkaufen würden? Wenn wir jetzt Kunden wären. Oh, da, 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 da. Moskau. Das ist Moskau. Wer ist der Künstler? Weiß ich nicht. Ist nicht sinniert. Ist nicht sinniert. Wenn Sie an diese alte Zeit denken, als Sie noch beim Geheimdienst waren. Ja. Was fällt Ihnen denn da ein? Keine Gefühle, oder diese, oder so. Keine Meinung. Sie hatten viele Freundinnen damals. Sicher mehr wie heute. Früher? Ja. Oh, seid nicht so sicher. Egal, wir waren gar nicht. Egal. Ich bin so allein, glaube ich. Ja, aber dann sind Sie doch einsam, wenn Sie Ihr ganzes Leben allein bestritten haben, weil Sie jetzt Agent waren, zum Beispiel. Dann ist das doch ein einsames Leben. Ich habe eine ganze neue Freundschaft. Ich habe Probleme. Ausdruck mir auf Deutsch. Das ist das Problem. In welcher Sprache wollen Sie es machen? Also wir könnten auch in Englisch. Vielleicht alle. Also, Deutsch. Englisch, Französisch, Italienisch. Englisch. Englisch. Ich bin so ein paar Worte. Vielleicht ist es Not Israel. Nein. Nein. Entschuldigung, ich sollte nichts sagen. So etwas. Du bist eine lustige Person. In general, weil ich es nicht gesagt habe, wir bedanken dir für diese Interview, in jedem Fall, ob du das Geld hast, oder nicht. Du bist wirklich ein frischer Person. Es ist eine Frage, welche Parameter du gibst? Was ist mehr wichtig für dich, was ist mehr wichtig für dich? 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 Money kommt erst. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein bisschen zufrieden. Warum nicht? Was ist mit dem Geld? Lachen. Ja. Aber du kannst es mit dem Geld. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nein. Ja, ja, nein. Ja, das ist sowas. Ja, das ist mega. Ja, das ist echt gut, aber auch nicht. Ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, aber die Karnier ist immer auf meinem Weg, dieses Stadt, das ich meine. Und ich verhielt es nicht so, wie ich sollte. Wir haben angefangen, zu cleanen und zu machen, und dann kam der kleine Knie, und die kleine Knie begann, und mehr Knie, und ich habe gesagt, ich kann es nicht clean, und dann muss ich gehen, und dann geht es um die Knie, 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 und dann geht es um die Knie. Was heißt auf Englisch versprochen? A promise. Ah, and this place is promised to you for your whole life. That's what I heard, yes. Very kind of him. How do you know that? You've spoken to us already. Not now. He's the only one who don't know it. It's written in a paper. Which paper? I never read an Austrian paper. We tell you when you tell us. Oh, this is tough. This is tough. This is tough. I told you so many things for nothing, you know. You should read it. I think this is completely worth nothing, because I'm so old. You travel to Copenhagen sometimes? Yes, I do. Also with friends. Because Elie Deutsch told us. He met you, and he visited you once. Elie Deutsch. I know Elie Deutsch. I know Elie Deutsch. Yeah. But he never met me here. He didn't visit you once? No. In Austria? Anywhere in Austria? Elie Deutsch, no. And I haven't seen him for some time. He had a shop at Copenhagen Triangle. But he has it no more, and I haven't seen him. I don't know exactly. Last time I saw him a trip for years ago. Elie Deutsch, yeah? It was quite nice, man. And how do you afford this traveling? Where do you get the money from? Where do you live? I buy and I try to buy as cheap as I can and sell as expensive as I can. Nothing from Central Agency, I swear to you. They don't find a job. When did you receive the last money from the Central Agency? When did you receive? It's really a question. I may have laughed, I'm sorry. Do you have some receipts? Probably you have. We saw some of your receipts. Oh! Which was the last day? You know that better than me. I was getting good money or not? For the receipts? You have gotten a lot of money. I don't know. I don't know. Okay. If you say so, yeah. It's part of the story. We saw your signature. On the receipt. Signature, yeah. Talking to our dealer about signature. But I tell you what your question was. You asked about where we got the information from. That you live here. I don't know. It stays on the internet somewhere. No. Yeah, it is on the internet. But it was because of this Gutachten they made. Because they were selling the house. And then they made a... This house? Yeah. It was sold. And then it was called back. 2010. And so there was written that Francesco Guilino has a long live possibility to live here. Yeah. And you've been spying on me from the lady there. Yeah. You've been spying on me. We didn't know exactly what is your thread. Come on. You know so much about me. That was the only point we didn't know. I live very discreet, you see. Why do you live so discreet? But I don't live discreet. You have a wrong impression. I have plenty of friends. And I am entertaining plenty of people. Even here sometimes. The lady doing. I had plenty of guests here. Maybe in the last few years. Why is that so? For example... I start from the last one. I had Sandra. Last time. Then I had Daniela. Then I had Lea. Then I had... 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 Oh, Martina. I can show the photo then. Oh, 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 women. I prefer them, yeah. You prefer me. What about Aniko Faludi? What? What about Aniko Faludi? I'm afraid she's dead. I couldn't find her. I'm afraid so. I haven't seen her for a very, very, very long time. I haven't seen her for a very, very long time. I haven't seen her for a very long time. But you have seen her for a very long time. And she was very sick. Cancel. Oh. Jesus shit. Holy shit. What? That's... It's been four years ago. And you have been very close with Aniko Faludi. No. 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 No, no. No. No, no. No. No, I... No, I... I knew her, but I don't know if she could really close. No. No. Thank you for giving me. When you are thinking back to former times, to the times you were an agent, is there anything you regret about these times? If I was an agent, stop doing it. I don't know. I have no idea what kind of a work agent should do. So I... It's only fame. It's only hoax, what you would say in the take. I don't know. It's like a horror conspiracy of crazy journalism. That's what I... This is my opinion. That's what happened on the bottom of the story. But there are a lot of facts. About your life. You can invent everything you want, of course. And if I will understand that these people, for whatever secret, whatever they are, they are not... They are quite powerful people. People have means to not to find out, to look and so on. Just to get yourself from art, what you can do? Imagine to someone, but they cannot. So it is... I know from film or show, from books or whatever, but... I think I was... Because of my way of living, I was fitting a person very, very well. You understand what I mean, yeah? And... And for some reason, I don't know. They choose me. They pick up on me because I was fitting that... I don't know all the... All the story. Uh... But as you know, as soon as they came to something concrete, with authorities... The Dane, for example, they were the first saying, but this isn't... Or the British. Or the British. That's what it's a fantastic, colossal story, joke, everything. I don't think. So... I haven't seen them since. I only heard that if some people try to contact them about me, they got kind of a nasty answer. Could you remember to the Scotland Yard guy, Chris Bird? Chris Bird? Chris Bird. Chris Bird. Huh? He was interviewing you about, I don't know, eight or nine hours in Copenhagen. Yeah. 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 But... What he told you, because I don't know, I said... We want to know from you. Yeah. But it seems that you know already everything. Already. Yeah. Not everything. You have to tell us a little about your life. What was your best times in your life? Oh, I'm not doing so right now. In the last few years, I must say. I have been always in a critical shortage of money. Or, put it in this way, I always wanted more than what I had. It's very massive. But this is probably something other people is doing this. I suppose you have not a pension. I have a pension? You have a pension. Oh. From? Denmark. From Denmark. Oh. You have a pension from Denmark. Oh. Through... But you were working for yourself. You were a freelance dealer in arts and... I have the poor people pension. Okay. The minimal one also. Since this year. Since November last year also. So it's a very recent one. But why did you decide to live in Austria when you get your money from Denmark? You can. It's possible. But why did you decide to live here? What is the reason? I did decide a long time ago. Oh, here. Here in particular. In this place. In Austria? Because of my friend. I know. Because of my friend. He offered me a place here to stay. Which is convenient. It's in the middle of Europe. It's easy to go right and down and so. I like staying in Austria. People, it's very okay. They don't bother me. If you don't bother them, they leave you alone. You, you... It's okay. I mean... And you also... Which is not like... Which is not... The same in Denmark. In Denmark, even if you buy a bike, they will ask you where to get better. And then they... Yes, you see. It's more. But you're not registered. You're not registered. You're not registered as a citizen. I am too. As a citizen. I'm... No, not as a citizen, but your address. I am registered in Hungary. In Hungary? Yes. Yes. I see. And you cannot be registered in many places. You will go in one place. Probably. I will move to Austria soon. I think. Very soon. And you're living in... In... In a Czech Republic also? Yeah. Just like... But you're not registered in... In a Czech Republic also? I am only registered in Hungary. At a Danish embassy. Ah. Because you can check. So the den... So the den know where you are? Oh yes. Oh yes. And they give the pension, they give to your address in Hungary or to Austria? Oh yes. To my bank account. To my bank account. But to your bank account in Austria? Yes. They did it already. They just... Something very new. And that's... There's not much, yeah. But... Then I should get also the... The disease. They call it the blue card. You know. It's not very much. But it's only something. It's a pension, yeah. You know. I would like to hear it once from you. Yeah. Um... Were you the murderer from Georgi Markov or not? It... It... I've got nothing to do with the story. I'm sorry. I wish I could steal you a straight answer, but... But... Think for a moment. If I were... If I were the mother... Do you think I should... I just say it. You know my theory about the truth. It's... The truth is something... The real truth. It's something that only... That... That you never... You don't throw it away because it's so important. In case it was. Supposing a support here. Uh... But... For your... Uh... 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 Broadcasting. You can... You can just say anything you want. Just like all the others. Of course. Isn't it? So where is the truth of the news? You know it better than me. Yeah. They have a lot of truth in the news. Mostly. Not... Not always. You know what... What makes us different? Yes. Because... Uh... That... We... We... We were such a... Such a long time. Just to give you the opportunity to tell us the truth. All the others. Why... Supposing so. Thank you very much of this opportunity. But... Why... Why... I should say... Why in general... Not one should say the truth? What for? You live so well with lies, isn't it? Or not say nothing? Depends. What do you think is better to live with lies? If... If... I was lying... Then I must say... I live perfectly well. I'm sorry. It's not very... It's convincing, but... Not very satisfactory, but... Okay. You're making a project. I wish... I could kneel down and say... I opened my eyes! I don't leave. I'm sorry. Good. But... You... You just said... You cannot... No. You just... You just said... You cannot open your heart. Is that what I understood? No. Did I get it right? Did I get it right? You wish I could open my heart... I kneel down and say... I tell you everything. I confess myself. I... The truth... All the truth... But... And that will liberate me. You know... Lift me. Relieve me. No. It will not. Not just because I have nothing to say, of course. It's just because I don't need... I don't... That is me. That is... You may not believe it... But all what you see... You can take Google... You will see thousands of things. All that leaves me... Indifferent. You know... I really never had any problem... Because of all this gossip. Which is from Google. Sometimes... Some people call me... They say... Oh... There are funny things about you... Here and there. I say... Or... It could be another name. No. Your name is not very common. You know... It must be you both. It's... 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 It's a... Cold War story. It's boring now. Are the young people interested about that? You are right. But it's history. It's history. It's history. Anyway... It's history. History. History is... It's not exact science. History. Yeah. You have to tell this to a scientist... You're also an historian. The only thing I know... The scientific... That... History is only written by the winner. That's true. The only thing I know. So then... I wonder very much... Of the truth of the winner. Then we go again to the story of what is truth or what is not. If always... The truth of the winner... Is the truth that needs to be published. It's the only one you can publish. If... Is the winner truth. The other one you cannot. But probably after a long time... And this is... In our days... Probably after a long time... You can just... Try to ask for... What really happened. I think you have to go back to the Napoleon time. So... You think it's Russia's job. Maybe... Maybe then you can say what is the truth... If you can find... Of course... Because so much has been... Twisted and sorted since the time. But what is... Recent history is still a very touchy subject. You know it very well. And... Have you got a feeling... Do you have a feeling... That you know more... And that you can see more... Of what the truth is... Than other people can do? Then I will be... The one I said... I mean... I... If... You make me feel very presumptuous... If I... If I do that... Um... But... My interest... Now... And for a long long time... Perhaps for most of my life... They've never been on this... In... History... Or whatever... Uh... My... My passion has come far far away... From this subject. What is your passion? What? Your passion? What? Oh... By the way... I am sure you know it. Tell us, Alma. What? Uh... 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 I... 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 I like... Teaching good manners... To young ladies. And the money? Without them... I cannot teach them. So it's very simple. Okay. And that's why I said... Paintings. To get the money... To... 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 And... Like... The circle is close. Yeah. Uh... All the rest... That's a really interesting video. You know... Of course... I like Nike... Uh... Uh... Charming people like you... Uh... 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 Like... You're not of those nasty Israeli stuff. You know... I'm promised. Okay. Promised. And it's the truth. Okay. Okay. It happened... That happened right in the middle of the Cold War. Wasn't it? Mm-hmm. Yeah... No. I don't know there is a sign. What a fantastic story. Mm-hmm. Do you understand where I want to come? It's... So... So British. Evening, Fog, London Bridge, all the ingredients for a spy story out there. The little I know of this Makarov is that it was nothing important. What was nothing important? Of course I had many versions. One day they tried to put him as a new pasternak or soldier or something like that. He wasn't. I don't think it was illiterate, but I don't think it was nothing really so important. It happened during the Cold War, isn't it? There was antagonism between the East and the West. And it was a reason to make... education was good to pump up the thing. The lie they said on to the day. In what side? I imagine, yeah? You have a... you have a... you have a thinking of sorties. I'm saying a lot now, which I'm not supposed, but... I think there's something anyone can imagine a little bit. If nothing of all it, just nothing of all the story is true, what do you think? If nothing of the story is true... Just nothing. Look at the story. Just imagine that nothing of the story is true. Yeah, yeah. Who would be the one who can... who would benefit? Yes. Yeah. Cold War. The situation, the period. They were just accusing one in China for the most horrible thing, weren't they? Weren't... weren't the British, the American, the West, the German, whatever, saying... or finding any occasion they could to say something bad about the East? And in the East, they didn't say the same thing about the West. That was just part of the... the attitude they had for... of the Premier de Decaubleau. Okay. You follow me? That was normal until the day. That's... they would... What kind of a British newspaper would have said that their life was better in... in Bulgaria or in Russia or wherever? They would say that there is bad, people, it's cold, nothing to eat or whatever. And there is no freedom, there is no... there is no... there is no that other thing. On the other hand, in the Eastern country, they would have said... in England everything is decadent and perverse. I don't know what they would say. They... I mean, they were accusing one each other for... for many years of... well, you know very well, yeah? And so... then... if this mister dies on his very own... but... on the other hand... the country Bulgaria was never famous for nothing really important... on the Cold War Contest, you see? Not like... Hungary or Czech or Poland. Oh, they were talking so much about Poland today. And... why not give also a little bit to the Bulgarians? Is it neat? But just in case it happened that way... It's fantasy, yeah. It's just fantasy, it's just fantasy. Um... Why do you come to this point? Somebody had to come! To... Um... I was... As I... As I already spoke with... Sorry... I don't know... I was... Yeah, I was feeling nice in the... in the... in the context because of my... behaving... because of my way of traveling, doing and so... not very clear to... 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 place... in my profession and so... and so, yeah? And then I was just... hmmm... okay... But the very fact that... nothing happened to me... that the body was really serious without me... but, of course, the story... especially on the other days... was a very interesting story... when it happened... 30, 40 years ago... uh... I... I... think even the Japanese newspaper reported it... so it was quite a... quite a story because... it has... it was so exciting... you... you understand? As I told you before... the... 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 so... specific... the... umbraiko... and... Hum... thoughtit was weird... Well... but... I'll be... I see... It's... interesting way of saying it, yeah... isn't it? I mean... I... you never near... it's a possibility? Well, I was thinking of it actually, and that is why I was asking you to tell me more about this. Yeah, but I will tell you frankly, this is the opinion. But anyone can have his opinion, of course, yeah. Everyone can say so. That is all a colossal made up, yeah? Very likely. When I read all the papers about the case and about you and so on, I asked myself often, did he earn more money as an agent or did he earn more money as an art dealer? Provoking a gang. Provoking a gang. No, don't understand it in a provoking way. Yeah, what? No, not really. No, it was a true question. That's what you thought. Yeah, I thought it really. Because you made, in the end, so good business with art dealing that I thought maybe he was earning more money with art dealing than with his job before. If I could have done the two together, maybe it would be the best. But it seems, what I understand, that the company went bankrupt. It's a state company. So if you would, what I did, and this is the way? Should I say it in this way? Yes, that's awesome. There. So do you see, just one question if you... Um, so all these stories about secret service and about agents and all this stuff. I think to the public and to the normal people, it's just like, it's just like, it's great to hear about this story. You think so? Yes, it's mystery, it's mystery, it's tension, it's about money. Yes, 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 oh yeah, yes, the pistol, the silencer, the poison, whatever. I think it's a bit out of date. I think we don't get so excited anymore. I think it was very much in, 20, 30 years ago, that was really the hit, you know, that, oh my God, you know, better than myself, than when it happened in London, the whole day newspaper in the world, suddenly, this is what I know from a journalist, came out in a surprisingly way, in so instant way, all over, from Australia to Japan for a while, which is a bit suspicious, just to give a support to the version, I would say. And so, and so, and that, there were too many ingredients, ingredients, typical spy story out there, that it's so British every time. And the, and the, and the old day, the normal day business of a spy or an agent, is it very different from, from this legends, from this stories, is it daily life? You are supposing me that I know, of course, I can imagine, but I'm sure that you can imagine much better, you know, more, uh, into that than me, you know, is, uh, but I can prove all what I, everywhere where I was, for all my, almost, all my life, so it's, uh, I don't have any secrets, really. Okay. 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 Yeah. Okay. Thank you. So. Okay. So. So. You go. No, we have to go. Yeah, you go. Okay. So. 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 Well, it seems to the more interesting thing of the interviews, my dog. Yeah. Well, it was a nice, nice discussion. Sorry, ich konnte nicht sagen die Wahrheit. Das ist was ich wollte. Ich wollte es sagen. Aber du bist nicht in Angst? In Angst für nichts? Für deine formeren Kollegen? Für mich? Für mich? Für mich? Ja, ja. Ja, ja. Nein, aber du bist glücklich. Nein, das ist die Tranquilität der Menschen. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Danke, danke. 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 Danke.